Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Battle Counter-Strike Global Offensive Wettrüsten-Modus. Wieder mit den gleichen drei Vollidioten wie letztes Mal. Sorry Leute. Krishi, Stereotype und Christoph sind mit dabei. Und ich natürlich, der Oberdepp. Ich spiel diesmal mit Stereotype zusammen. Heißt, das andere Team hat so überhaupt keine Schnitte. Ach kacke, kommt Christoph da das Dach rauf. Nee. Wo ist der andere? Komm, ich stehe ganz schnell. Ach nee, oben auf dem Dach. Krishi, du triffst ihn überhaupt nicht. Hab ich nicht getroffen. Nee, du hast mich kein bisschen getroffen. Ich stehe auf dem Dach, ja. So, ja, wir spielen hier auf der Map Safehouse. Ist, wie ich finde, eine ziemlich coole Map. Fuck, da hat er mich doch gesehen. Natürlich hab ich dich gesehen. Natürlich hab ich dich gesehen. Mama. Gesehen. Ja, gleich zwei Leute. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Die Treppe hoch. Hä? Das? Treppe? Scheiße, da hat's nur für einen gereicht. Ich hab gesagt, ich hab's. Wir hören's. Nein, verdammt. Alter. Alter. Wuuu. Ich hab dir zu wenig gekauft. Ich hab ein ganzes Magazin weggefallen. Nein. Ich stand ein Meter nebeneinander. Ja, mein Magazin war leer. Nein. What the fuck? Da hat nur noch ein Schuss gefehlt. Nein, da oben steht er. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Oh, du hast ihn gemacht. Okay. Du bist da stehen. Hinter, 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 hinter. Was? Küche. Ist hier nicht so ein Blödsinn. Stimmt ja gar nicht. Ja, das läuft ja auch weiter in den zwei Minuten. Jawohl. Na, wo seid ihr? Scheiße, ey. Ich würde brauchen, Krischi hat sich leicht erschrocken. Das war wie so Slender, man weißt, ich stieg um die Tür rum. Dann guckst du mal aus dem Fenster, weil einmal steht er BAM. Mein Herz hat es verrutscht. Mein Herz. Meine Güte, jetzt höre ich aber ein kumpeles Herz hier. Das ist doch nichts für mich und mein schwaches Herz. Ich habe noch keine so schwache Nerven dafür. Ich habe ihn gesehen. Wo ist er? Unten. Läuft um die South-Raum. Das sind beide. Ich habe Stereotyped gesehen und Sascha hat mich abgesnackt. Oh, die stehen beide unten. Oh fuck, stimmt. Der steht, bleibt ja am Spawn. Noll. Ja, sicher. Uiuiui, da wird harte auf mich geschossen. Ja, das ist der. Läuft du mit? Nein. Das ist der. Wuuu. Läuft gerade. Jetzt bin ich allerdings gleich tot. Hahaha. Krischi, das muss aber doch besser werden, du. Ach nee. Oh, ich glaube, der. Nein. Hahaha. Alter, ich habe dir trotzdem noch 91 Damage gemacht. Ja, wo ist die? Hinter mir, hinter mir, oben im Haus. Ich kann Sascha schon 7 Kills haben. Beide hoch, beide hoch. Fuck. Ah, shit, ey. Drücke ich ihm nur 88 Damage rein. Scheiße. Ich habe nicht gesehen, dass er mich sieht. Ich habe nicht gesehen, dass er mich sieht. Bist du dir Bescheid? Scheiße. Alter, fick. Du weißt schon, dass man da so rüber springen kann, ne, Christopher? Ja. Ich hatte einen Hitpoint. Nein. Oh. Das geht nicht, schade. Steht er da am Fenster, ey. Oh. Fuck. Was, sie sind nun der Führende ihres Teams? Ich treffe doch nichts. Hahaha. Sprich nicht fürs Team. Fuck, komm. Kommt der nächste um die Ecke. Oh. Unfassbar. Die Schrotzen sind doch kacke. Ich bin Stufe 5. Da stehen sie wieder zu zweit, ey. Hier stand doch. Jawohl. Echt? Ist er tot? Ja. Ja, beide tot. Noch mega viele Hitpoints, sagst du? Oh. Ja. Ja, ich hab mal getrunken. Das hat ihr geworfen. Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Ich hab übelst die Maus verzogen. Ach, komm doch nicht, wenn ich ne Schrotze habe beim Spawn wegkicken. Oh. Wenn assi, dann richtig assi, ne? Wenn assi, dann richtig assi. Ah, okay. Alter, wie das ganze Haus voll Blut ist, ey. Das ist ja richtig übel. Sascha ist im Haus, oben. Ich hab dich jetzt dreimal mit nur zwei Hitpoints getötet, Junge. Ach, kacke. Stereotype ist im rechten Zimmer neben der Treppe. Okay. Und läuft gerade die Treppe runter. Ey, kannst du mal aufhören? Das kann überhaupt nicht stimmen, da ich die Treppe gerade hochgelaufen bin. Dann lässt er mich da alleine hochlaufen, ey. Fuck. Der M4A4. Ach, bist du da gerade. Wo hab ich denn noch den Schrotz? Null. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Die Schrotzen sind so scheiße. Ich komm überhaupt nicht mit dir klar. Nein. Boom. 50 Schaden gemacht. Da hab ich dich gesehen, du kleiner Mann. Ich hab dich gesehen, das hab ich geahnt. Tja, mit ner Schrotze hast du da keine Schnitte, wa? Mit ner Schrotze hast du da keine Schnitte. Ach, ich komm nicht mehr auf den Weg raus. Ich komm nicht mehr auf den Weg raus. Wenn ich dich sehe. Ja, aufs Blickwinkel rennen, dann schieße ich schon nicht direkt. Den hab ich gar nicht gesehen. Du hast stand da so hinter der Veranda, dass du nur dein Kopf rausgeguckt hast. Ja, enten. Das war ja der Pzart. Und wartet. Nein. Ja. Die Waffe mag ich nicht. Die ABP. Die ABP find ich auch scheiße. Da bin ich auch gerade. Die ABP nicht ne voll gute Sniper eigentlich? Ja, dafür muss man aber snipern können. Das ist das Problem. Gut im Haus, seh ich ein. Wir sollten voreinander stehen. Da ist er. Sie haben Christy 4 gerettet, indem sie Stereotrap getötet hat. Hast du mich nie getroffen? Ach, das ist so bullshit, ey. Gleich kommen sie durch diese Scheiß-Tür. Genau. Was ist das? Alter, hast du mir 80 Damage reingedrückt, ey. Ein Zentimeter höher, dann kommt mir weg. Ich wusste, dass du dich versteckt hast, aber. Ich weiß nicht, dass ich hier gerade nicht so viel mache. Schade. Ich habe sie mich getroffen. Verdammt. Alter, das Spiel macht mich fertig. Ich bin auch für sowas zu nervös. Bist du das? Bin ich. Ach, steht er da, ey. Was ist das für ein Sniper-Spot, ey, bitteschön. Direkt im Fenster. Hat funktioniert. Ey. Alter, ich komme hier zu Hause. Fuck. Ich komme hier zu Hilfe. Ja. Ach, kacke. Nein. Scheiß AWP, ne? Ja. Mein Magazin ist leer. Nein, ich wollte ihn gerade wegschneifen. 444 Damage mit einem Treffer, ja sicher. Ich hatte seinen Kopf in meiner Linse. Fuck. Da habe ich es zu spät gesehen. Du hast mir aber trotzdem noch ordentliche Damage gemacht. Ja, 72. Warum stell ich ihn hier auch ans Fenster? Tja, nett zu sein. Ui, du überreitst das. Ui. Oh, da hätte ich beinahe geschossen, ey. Es sind beide oben im Haus. Ja, einfach. Das ist ja blöd. Nein. Alter, das ist nichts. Nice one, stereotype. Nice one. Wie viel Luft liegen sind. Ha, ha, ha. Der war nice. Auf jeden Fall. Scheiße. Du überrät das. Ich hab' den Schocken. Ach, kacke. Guck mal, um die Ecke ist direkt der nächste da. Ja, sicher. Mit einem Sch... Was? Aber wir haben spawnen, ey. Ja, ich wollte gerade ins Haus. Achso. Schau von hinten rein, aber... Nee, nee, nee. Was hast du in die Scheiß-Maschine? Nee, nee, nee. Oh, ich bin weg. Hey. Gott, ouch. Da springt er übern Zaun, ey. Und macht dich dann doch noch platt. Dann versteckt er sich in der Ecke. Welche, welche? Du bist da angelaufen, kommst. Da dachte ich, ich warte mal kurz auf dich. Fuck. Jetzt sich ja 65. Ja, endlich. What, what? Das war ganz schön nubig, Krischi. Nein, Schade, hat's nicht gereicht. Nein! Das wäre knapp... 2 oder 23 Schaden in einem Treffer mit einer Strolle. Das ist ja auch umgeschafft, aber ein Tal somit sogar. Oh! Abgelebt. Ich muss aufpassen, dass Sascha nicht kommt. Nein! Eben. Stereotype! Ich stand direkt hinter Krischi. Nein, nein, nein! Oh! Verdammt! Hat er schon geschafft? Ja, da hast du's auch. Ich hatte mega wenig Leben, ey. Kacke. Yippie! Platz 1. Wie? Das war auch ne lustige Runde. Das war Spaß. Gut. Aber nach so gut wäre ich sogar Zweiter gewesen, meine Güte. Okay, Leute, dann danke euch viermal fürs Zusehen. Euch natürlich viermal fürs Mitspielen. Hat eine Menge Spaß gemacht. Oh ja, auf jeden Fall. Danke auch. Und wir sehen uns in irgendeinem anderen Projekt wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Bis dann. Tschüss. Noch ne Runde? Äh.